Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin's, der Timo. Und in diesem Video werden wir von Arsys den Oplay RHD Media Player unboxen. Bevor ich's auspacke, schauen wir uns einfach mal die Verpackung an. Hier ist eben alles abgebildet. Hier seitlich in verschiedenen Sprachen die Beschreibung. Ich schiebe das gerade mal ein bisschen näher. Ja, zu den genauen Details komme ich später. Ja, wir packen das jetzt einfach hier mal aus. Hier befindet sich jetzt das Gerät. Das werden wir gleich auspacken. Doch zuerst schauen wir uns den Inhalt an. Zum einen haben wir hier diesen Aufkleber vom Gerät. Einen Quick Start Guide, also ein Manual. Die VIP Member Garantie. So, ich tue das gerade mal hier zur Seite. Und jetzt kommen eigentlich nur noch Kabel. Und zwar hier das Stromkabel. Hier auch nochmal Stromkabel. Es wird ein HDMI-Kabel mitgeliefert. Hier nochmal für die älteren Fernseher. Video, Audio, Anschluss. Nochmal hier ein Stromkabel für Großbritannien. Eine DVD mit dem User Manual und O-Link Network Connection Utility, das man da auf dem Computer installiert. Mal schauen, ob das auch für Mac geht. Die Fernbedienung mit Batterien. Sonst ist hier nichts drin. Und natürlich das Gerät selber. So, wir werden das jetzt hier einfach mal rausholen. Und, na, ich fokussiere das gerade mal ein bisschen anders. Vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Das Lichtbehalt ist jetzt halt nicht optimal. Aber das hier ist die Box. Hier seitlich noch einmal eine Folie. Das ist eben neu. Die ziehe ich jetzt einfach ab. Und weitere Details findet ihr dann in den nächsten Videos. Also, bis dann. Ciao.